Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Teststrecke. Ihr seht, das Streckenlayout steht. Wir haben auch mal eine Holzplatte besorgt, um das Ganze dann final zu befestigen. Das Ganze wurde ein Oval mit Nebengleis, seht ihr auch hier. Ein Prellblock wird auch gleich befestigt noch an diesem Nebengleis, damit es damit auch abgeschlossen ist. Ja, dient später dazu, um Waggons abzustellen, um An- und Abkoppelvorgänge zu prüfen, zu testen. Ja, ich habe auch noch eine kleine Lok besorgt, um dann im Anschluss nach der Installation des Gleises und der Mobile Station 2 natürlich erstmal die Funktion dieser kleinen Teststrecke zu testen, bevor wir dann noch wirklich beginnen, hier Startpackungen oder einzelne Zug-Sets zu testen. Ja, wie geht es weiter? Also ich werde jetzt alles mal hier verschrauben, dann natürlich diesen Prellblock installieren, den können wir auch mal gemeinsam auspacken. Seht ihr hier Artikelnummer 24977. Ist bekannt, ist der ohne Beleuchtung. Ich hole ihn mal raus. So, hier ist das Teil. Ja, er ist einfach nur zur Abgrenzung hier gedacht, damit das Ganze ein bisschen ordentlicher aussieht. Ja, ich werde jetzt das Ganze mal justieren, festschrauben mit den entsprechenden Märklin-Gleisschrauben und ja, die Mobile Station anschließen. Später möchte ich diese Platte auch noch um ein paar, ja, ich sag mal Standfüße oder einen Rahmen untenrum zu erweitern, sodass man die Kabel ausführen kann. Ich möchte das Kabel der Mobile Station natürlich unsichtbar verlegen und auch später, wenn vielleicht Beleuchtung oder Signale hinzukommen, dass das sauber verlegt werden kann. Ja, das Ganze wird natürlich auch irgendwann noch begrünt. Ich würde das Ganze auch noch gerne schottern. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dieser halbwegs nackten Teststrecke an, denn es stehen auch schon wieder einige Startpackungen zum Testen bereit. Ich habe wieder einiges bestellt und ja. Also, ihr seht, es geht voran. Ich werde jetzt alles installieren, anschließen und im nächsten Video zeige ich euch dann, ob das alles funktioniert. Also, bleibt am Ball, abonnieren und dann seht ihr auch, wie es weitergeht. Bis demnächst.